Hallo Leute, heute besprechen wir den Icon Airflight Sport Touring Helm. Wenn ihr einen preisgünstigen Helm sucht, der euch eine Menge Vielseitigkeit bietet, dann braucht ihr nicht weiter zu schauen als bis zum Icon Airflight Sport Touring Helm. Dieser Helm ist DOT und ECE 2205 zertifiziert, um ihm eine noch größere Reichweite zu geben. Trotzdem hat der Helm nur drei Sterne beim Sharp Helm Sicherheitsbewertungssystem erhalten. Ist etwas schwach bei Stirn und bei Seitenaufprall. Es gibt sicherlich sicherere Helme da draußen. Wenn ihr neugierig über die Mitstreiter dieses Helmes seid, dann würden dies der AGV K1 und K3 SV sein. Und der K3 wurde sogar einen Stern sicherer bewertet als der Airflight. Bevor es weitergeht, eine kurze Erinnerung, unseren YouTube-Kanal zu besuchen mit unseren Helm- und Ausrüstungsreviews. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren, um immer den neuesten Überblick und Tipps zu Motorradausrüstungen zu haben. Die Schale des Airflight ist aus Polycarbonat gefertigt, passend zu dem preiswerten Marktsegment. Polycarbonat ist ein günstigeres Material und man braucht etwas mehr davon, um genauso viel Schutz zu bieten wie Glasfaser oder Carbon. Wir haben den Helm mit etwa 1720 Gramm in Größe XXXL gemessen. Der Helm hat EPS mit zwei Dichten, um die Aufprallwiderstandskraft zu verbessern. Dieser Helm ist auch in drei Schalengrößen erhältlich, was ziemlich ordentlich ist für einen Budgethelm, da dies mehr Komfort und bessere Passform bedeutet. Bei der Belüftung sollte dieser Helm ziemlich gut sein. Es gibt hier ein großes Ventil am Kinn mit einer interessanten Wahl von Icon, das Visier hier bis zum Kinn herunterreichen zu lassen. Aber es gibt Löcher im Visier, durch die Luft zu dem Ventil gelangt, was diesem Helm einen Shark-Astruck-artigen Look gibt. Dann gibt es zwei einstellbare Ventile an der Stirn, welche direkt in die EPS-Kanäle des Helmes führen. Die heiße Luft entweicht hinten unter dem Helmspoiler über zwei Auslässe. Wenn wir uns das Visier näher anschauen, fällt uns ein, es ist Icons Flight Shield Visier und das heißt, dass es nur Antibeschlag behandelt ist, es aber keine Pinlock gibt. Man kann aber ein Pinlock-fähiges Visier und die Pinlock separat kaufen. Dieser Helm hat auch ein integriertes Visier mit hoher Sichtbarkeit, welches mit dem Schieber an der Seite des Helmes betätigt wird. Wenn ihr ein dunkles Rauchvisier bevorzugt, könnt ihr dieses separat kaufen und selbst einbauen. Um das Visier zu entfernen, müsst ihr die Seitenpaneele zusammendrücken und herausziehen aus der Verankerung auf beiden Seiten und dann einfach das Visier zurückziehen, bis es sich vom Helm abheben lässt. Wenn die Punkte übereinander liegen, sollte es sich einfach lösen. Um es wieder einzusetzen, muss man es nur erneut ausrichten. Stellt sicher, dass es in der Führung liegt und es sollte einrasten. Um die Stifte wieder einzusetzen, müsst ihr es leicht schließen und es sollte einrasten. Das ist wirklich ganz einfach und auch wenn es einige lose Teile gibt, sind es weniger Schritte als bei Arais Seitenpanelsystem. Weiter mit dem Futter. Es passt zum Helm, was die Einstiegsbudget-Kategorie betrifft. Das Futter ist Icons Hydra 3 Futter, welches herausnehmbar und feuchtigkeitsableitend ist. Der Helm hat eine mittelovale Passform. Auch wenn er sehr knapp sitzt und eventuell in einer Nummer größer als gewöhnlich benötigt wird. Wenn wir in den Helm hineinschauen, müsst ihr die Wangenpolster auf jeder Seite mit diesen Buttons hier herausziehen. Es gibt Knöpfe vorne und in der Mitte sowie etwas Klettverschluss. Ihr seht, es ist ganz einfach. Kein Schnickschnack, aber auch nichts Schlechtes dabei. Einfach nur ein Einstiegshelm. Der Helm hat einen Doppel-D-Ring-Kinnriemen. Dann könnt ihr das Komfortfutter mit den Knöpfen hinten und Druckknöpfen vorne herausnehmen. Wieder alles ganz einfach gehalten. Hier gibt es viele Löcher, die bei der Belüftung helfen sollten. Wenn man jetzt in den Helm hineinschaut, sieht man viele flache EPS-Kanäle. Diese sollten bei der Belüftung helfen. Ihr seht auch die Auskerbungen an den Seiten für das IconROW Bluetooth-Kommunikationssystem. Das waren alle Spezifikationen. Schauen wir, wie der Airflight auf der Straße ist. Wir gehen schnell unseren Straßentestaufbau durch, als kurze Erinnerung. Links haben wir einen Monitor, der die Helminnentemperatur in Grad Celsius, gemessen mit einem Thermometer oben im Helm, zeigt. In der Mitte ist ein Dezibelmeter, welches Messungen von einem Mikrofon am Ohr des Fahrers erhält. Rechts das Handy misst die Windgeschwindigkeit. Und zuletzt zeigt das Armaturenbrett die Geschwindigkeit des Fahrers und die Außentemperatur an. Wir haben den Helm auf langen Autobahnabschnitten beim Fahren mit etwa 130 kmh getestet. Die Außentemperatur lag bei etwa 15 Grad Celsius, während die Helminnentemperatur etwa 14 Grad Celsius betrug. Das ist ein Unterschied von einem Grad. Die durchschnittliche Windgeschwindigkeit betrug 110 bis 120 kmh, während das Lärmniveau des Helmes bei etwa 110 Dezibel lag. Unser Fahrer fand den Helm passabel, was den Komfort angeht, ohne Auffälligkeiten, eher sehr einfach. Er fand auch die Belüftung ausreichend, auch wenn nicht so stark, wie wir gehofft hatten. Vergeben wir ein paar Sterne. Für das Material, da die Schale aus Polycarbonat ist und in drei Schalengrößen erhältlich, gibt es respektable drei Sterne. Beim Gewicht lag der Helm auch über dem Durchschnitt und verdient weitere drei Sterne. Da das Visier aber nicht für Pinlock gedacht ist und separat gekauft werden muss, gibt es zwei Sterne. Die Lärmdämmung dieses Helmes war schlecht, da wir laute 110 Dezibel gemessen haben. Dafür erhält der Helm einen Stern. Trotzdem war die Belüftung ziemlich gut mit zwei Grad Unterschied. Das gibt weitere zwei Sterne. Zuletzt war der Airflight beim Komfort sehr spartanig und bietet nur das Mindeste, sodass der Komfort leidet und 2,5 Sterne ergibt. Das bringt uns insgesamt auf zwei Sterne mit einem empfohlenen Verkaufspreis von etwa 250 Euro oder 280 US-Dollar, was für den Airflight 18,5 Euro je Stern bedeutet, was eine ganze Menge ist für eher einen Einstiegshelm. Wenn ihr den Icon Airflight kaufen wollt, kommt auf championhelmets.com, wo wir eine Niedrigpreisgarantie und Bundle-Angebote anbieten. So, der Airflight liefert sicherlich beim Look & Style, aber bei der Leistung enttäuscht er ein wenig und ihr bekommt nicht so viel Leistung für das Geld wie bei anderen Helmen wie dem Shark Spartan Carbon. Es ist aber immerhin ein Einsteigerhelm und daher insgesamt zu eher erschwinglichen Preisen. Die Belüftung war immerhin ziemlich gut, was schön zu sehen ist, aber bei der Leistung fällt er gegenüber anderen Helmen in der gleichen Preisregion zurück, wie dem AGVK3 SV, welcher drei Sterne bei 12 Euro je Stern bekommen hatte. Es gibt andere Helme in dieser Preisregion, also gibt es hier noch Verbesserungsmöglichkeit. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es uns unten in den Kommentaren wissen und abonniert uns. Ich bin Sebastian von Champion Helmets, bis bald!